So, und wir sind zurück in Limbo. Ist ja auch lange genug her, dass es die letzte Folge mal gekommen ist. Deswegen dachte ich mal, okay, ja, ich hab jetzt Zeit, nehm ich nochmal auf. Ich werd natürlich wieder etwas ruhiger reden. Und wir hatten ja das Problem, wir sind hier nicht weitergekommen. Ich weiß aber jetzt, wie es funktioniert. Ich hab mich nochmal ein bisschen informiert, um festzustellen, man muss hier gar nicht... Jep, jey, genau das. Das ist gar kein Katapult, sondern einfach... Jep, und zack, komm, Glätter hoch. Jey. Scheiße, ne? Nein! Fuck, 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 scheiße. Ja. Ähm, ja. Gut, das war ja schon mal irgendwie gar nix. Warum eigentlich nicht? Ich mein, das war doch eigentlich bis dahin gar nicht mal so schlecht. Boah, fast welcher Ton. Heilige Scheiße. Also, äh, nur so, ne? Das Spiel ist, ähm... Also hat schon so einen gewissen Suchtfaktor. Ist ein bisschen so ähnlich wie vier Bilder, ein Wort. Weiß, ich dachte auch am Anfang so, ja... Hm, hab ich's einmal gespielt, konnte dann irgendwann gar nicht mehr aufhören. Ne, weißt du, das sind so Spiele mit Suchtfaktor. Sie sind eigentlich sehr einfach gehalten. Keine allzu großen Besonderheiten dran, aber... Eben auch wieder doch. Die Frage ist... Verdammt. Scheiße, wir werden überrollt. Oder? Ja, wir werden überrollt. Alter, das ist doch nicht wahr. Ah, ja, warte, warte. Ich hab hier nämlich zum Glück gerade die Szene nochmal hier rechts auf dem anderen Bildschirm offen. Ich lese hier noch grad mal. Ah, okay. Jo, und? Nein. Scheiße. Moment. Ah. Ja, gut. Interessant. Ist ein bisschen kompliziert. Ähm. Ich hab's jetzt, wie gesagt, hier nochmal gelesen. Gut, ähm. Also nur so nicht, dass jetzt hier jemand denkt, ich hab gerade die komplette Lösung irgendwie liegen. Ich hab nur gerade die eine Szene hier, die wir jetzt hier gerade spielen, ähm, auf dem anderen Bildschirm auf Spiele-Tipps offen. Und, ähm, da hab ich nämlich mal diese eine Szene gesehen. Und ich muss aufpassen, Moment. Ja, und? Hier, ich hab's geschafft. Äh, gut, ist ein bisschen kompliziert. In der Tat. Komm, fall um, du Scheißding. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt. Die Spinne ist grad abgestürzt. Äh, bitte. Komm, nimm das Ding auch mal hier. Alter, jetzt sind wir auch mal die Scheiße hier mit. Oh, wow, 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 wow. Okay, ja, jetzt hier. Achte die... Für die Kraft! Yay. Hey, liebe Scheiße. Ich wette, ich habe gerade ein bisschen übersteuert. Ich weiß jetzt nicht genau. Wie gesagt, ich kann das hier gerade nicht sehen. Ich meine, ich hab auf einem Bildschirm gerade Spiele-Tipps. Auf dem anderen hab ich hier natürlich das Spiel. Also, beziehungsweise umgekehrt. Je nachdem, wie man's nimmt. Ist ein bisschen windig. Und übrigens, ähm, falls sich jemand fragt, warum mein Mikrofon so rauscht, ich kann das natürlich theoretisch entfernen. Praktisch hab ich's hier aber nicht gemacht, weil's einfach so ein bisschen auch in die Spiele-Atmosphäre reinpasst. Und wenn ich versuchen würde, das Mikrofon eigene Rauschen rauszufiltern, wäre natürlich auch die halbe Spiel-Atmosphäre hier weg. Das wäre jetzt ja natürlich auch nicht unbedingt so toll. Das würde ja dem Ganzen auch wieder ein bisschen die Spannung wegnehmen. Hallo? What? Och, nee. Au. Aua. Fuck. Alter, das gibt's doch nicht mit dem Fühlschweiß. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich. Wow. Wow, what the. Okay. Nur so, ich möchte mal kurz anmerken, ich bin dumm. Bleibst du jetzt, das steht mit der Mahindbein, oder wat? Ich habe auch keine Bärenfassung, was ähnlich ist. Das heißt, ich muss mein Glück, das ich nicht habe, mehr herausfordern. Moment, ich weiß nicht. Gut, nochmal, Entschuldigung, mir ist ja gerade das Spiel abgestürzt. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich machen muss. Also, ich meine, ich muss hier doch eigentlich nur drüber springen, theoretisch, aber das ist natürlich unmöglich. Kann ich vielleicht mit der Spinne hier irgendwie interagieren? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ist sie tot? Achso, warte. Ja, sie ist tot. Oh, ihr Bein. Äh, du Spinne, du hast gerade dein Bein verloren. Mal sehen. Also, das Bein zappelt, glaube ich, auch noch. Okay, jetzt gleich nicht mehr, hoffe ich. Alter, das stelle ich mir auch gerade äußerst appetitlich vor, wenn man so einen fetten Spinnenkörper irgendwo lang rollt. Ja, sie ist, aha, fuck. Das ist, aha. Ach, Junge. Alter, wie blöd bist du. Spring doch mal weiter. Aber ich weiß ja jetzt, wie es ungefähr geht. Ja, du kriegst mich nicht. Ja, ich weiß, du bist gerade verrä... Na gut, du bist am verrägten, so du bist tot. Kann ich vielleicht das... Nein, ich kann das Spinnenbein leider nicht mehr mitnehmen. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich das doch irgendwie als Brücke hätte nehmen können. Gut, das war natürlich auch eher nicht so intelligent. Komm, roll schneller, Junge. Also wenn du hier raus bist, ne, dann gehst du mal ein bisschen hier ins Fitnessstudio, Kumpel. Gut. Weiter komm ich hier auch nicht. Moment, ich mach einfach mal folgendes. Ich nehm ein bisschen Anlauf. Ja, gut. Da bin ich drüber und... Rein. Ich trau mich nicht. Oh, Leute. Ah, Hilfe. Doch, ja, ist richtig. Ähm, genau. So. Ah. Uh. Super. Ja, gut. Ich würde mal sagen, ich bin blöd. Alter, 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 der Typ ist blöd. Ich weiß noch nicht genau. Er hat ja auch gar keinen Namen. Sonst könnte ich wenigstens, äh, sagen, wie er heißt, aber... Er hat ja schon von der Story aus gar keinen Namen. Kannst du hier hoch? Ah. Du kannst hier schaukeln, aber das will ich nicht. Soll es nicht schaukeln. Er hat ja schon. Ich weiß nicht, wie er hat ja schon. 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 Du Arsch. Warte mal, wie geht's nicht überhaupt weiter? Ach, ah. Okay, ja. Gut, also ich muss den Kasten mitnehmen. Ach so, ja, okay. Entschuldigung. Also nur so, bevor jemand behauptet, ich würde das Let's Play künstlich in die Länge ziehen, ne? Äh, Kasten. Auf Wiedersehen, wir sehen uns gleich wieder. Jo, da ist der Kasten. Den nehmen wir jetzt mit. Und stellen ihn da in die Ecke und dann können wir da wie an so einer gemütlichen Treppe hochgehen. Also wie an so einer Treppe, gemütlich ist anders. Wir zoomen rein. Jo. Nein. Verdammt, es war doch so toll bisher. Ich bin natürlich auch blöd, ich hätte noch einen Moment warten müssen. Epische Hintergrundmusik. Jetzt wird's auch wirklich nützlich, weil du jetzt nämlich tot bist, Kumpel. Also die Musik gerade, ne? Also angenommen, ich wäre Vater und hätte einen vierjährigen Sohn, sagen wir mal. Ich würde den das Spiel nicht spielen lassen. Ja, Kumpel. Natürlich weiß ich, was du willst. Einen Moment mal, ich nehme mal hier die Leiche mit, ne? So, Kumpel, du kannst mir jetzt helfen. Na, kann ich nicht schieben, kann ich nur ziehen. Schade. Kann ich auch nicht hier werfen. Also man kann hier auch leider nichts werfen. Wäre natürlich toll, wenn man die einfach so werfen könnte, aber das geht nicht. Alter, bleib hier. Kumpel. Wir sind doch Freunde, warum gehst du? Wir waren doch die allerbesten Freunde. Komm, hör ab. Ja, Freunde. So viel zu dem Thema. Och, ne. Ach, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ach, da sind die... Joa, die Viecher werden uns auch immer noch begegnen. Ich glaube, das wird auch gar nicht mal ein zu lange dauern. Okay. Oh. Ey, warte, was bist du denn für ein Arsch? Hallo? Du? Was bist du für... Na. Nix. Wut? Wut für ein Scheiß? Au! Wow! What? Alter! Das gibt's doch nicht! Oh, aua! Alter! Was ist das für ein Arsch? Ich brauche irgendwas. Komm, Kumpel. Bitte. Komm. Du musst mir helfen. Ey. Ey. What? Der hat mich nur... Alter! Fick dich! Junge! Was ist das für ein Arsch? Aber ich bin hier schon richtig, oder? Also ich bin hier nicht falsch, aber ich kann hier ja auch nichts mitnehmen. Das heißt, ich komme ja auch gar nicht mehr raus. Das heißt, entweder ich bin hier richtig oder das Spiel lässt einen wirklich für immer verlieren und man muss ein neues Spiel anfangen. Alter! Junge, das gibt's doch nicht. Man darf die Plattform nicht berühren. Super. Alter, das ist doch nicht wahr. Alter! Alter! Junge, das waren meine Füße! 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 Kommen wir auch nirgendwo... Ah!